Ich kenne da eine gute Story. Da geht's um einen Serienkiller, der auf einer Uni acht Studenten anbordet. Düstere Legenden. Da saß grad so ein Ungeheuer. Auf der Tragfläche. Wir alle haben welche erzählt. Eine wahre Geschichte, hm? Wir alle haben welche gehört. Ihr stürzt ab. Fiss es! Fiss es! Mädie! 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 Cut! Doch diese Studenten wagen es. Düstere Legende. Szene 6. Sie zu filmen. Zum Beispiel das Mädchen, das ein Sandwich mit einer schwangeren Kakerlake isst. Und später schlüpfen die Jungen aus ihrer Nase raus. Nun. Das ist Tradition in der Woche des Abschlussexamens. Punkt Mitternacht. Fangen alle an zu schreien. Macht jemand aus Legenden. Im selben Moment wird eine Studentin brutal angegriffen. Wirklichkeit. Ah, neu, hm? Der Falsche wird beschuldigt. Kucke auf! Die Grenzen zwischen Fantasie und Realität verwischen. Oh, scheiße! Sie ist... Sie ist... Reingefallen. Sie ist eine teuflisch gute Schauspielerin. Wer auch dahinter steckt, wird's bei dir nochmal versuchen. Nur eine düstere Legende. Düstere Legende. Von wegen. Düstere Legenden 2. In der einen düsteren Legende nimmt doch so ein Typ eine tote Anhalterin mit.